Hä? Versteh ich nicht? Was sollen wir in den Tropen abstechen? Aber das geht nicht. Die Tierhäuser sind zur Zeit noch geschlossen. Hm? Als Roboter kann ich euch aber ein paar interessante Einblicke ins Manati-Haus geben. Ich mach mal den Tourguide. Echt krass. Das ist ja ganz schön beeindruckend hier. Hey, Fledermäuse. Ganz schön flink. Die sehen mit ihren Ohren. Das kann ich übrigens auch. Ich hab so Ultraschallsensoren. Die verhindern, dass ich irgendwo dagegen knalle. Ja, Mennu, die Natur hatte schließlich viel mehr Entwicklungszeit als ich. Boah, ganz schön schwül. Schauen wir mal ins Wüstenhaus. Oh, das ist ja toll hier. Oh, was ist das? Von Elefanten? Hey, die kann ich voll gut. Guck. Hey! Oh! Auch ganz schön heiß. Was ist eigentlich mein natürlicher Lebensraum? So schön. Und das Bionikum hat sogar geöffnet. Kommt mich besuchen. Ich freu mich auf euch. HH3. saturgnos sich. Swür des wderzst. Ist es so schwer, einfach nicht durch